Deswegen hat er die Säge genommen. Hat er gesagt. Genau, also Dirk hält natürlich in dieser Disziplin auch den Europarekord. Sie sehen, die Sportler dürfen so ein bisschen einsägen, das ist ungefähr gleich. Martin ist glaube ich ein bisschen tiefer, aber ist nicht schlimm. Dafür ist er ja auch schneller. Und wir sind mal gespannt, wer jetzt hier flotter ist bei der Inter. Das hat der Dirk genauso tief eingesägt schon. So, jetzt reicht's mehr, ne? Okay, jetzt habt ihr ungefähr gleich tief. Ich bin gespannt, wer schneller ist. Sie geben mit der Startkommando. Bitte was? Du hast auch noch den dünneren Block, kommt auch noch dazu. Okay, bist du soweit? Du auch? Okay, ihr Startkommando 3, 2, 1, start! Der ist aber höher hier, ne? Sehr schnell gestritten. Der Dirk hat etwas verhakt. Das ist das Problem bei der Säge. Er hat natürlich mehr.